Herzlich Willkommen zu SimCity Skyline. SimCity gibt es nicht mal für Playstation. Nicht wenn ich wüsste. Ich riege erst mal Wasser. Das muss sein. Das cutte ich nicht aus. Das suche ich zum cutten. Ich bin jetzt am Arme. Aber das hat sich irgendwie so angefühlt, als wenn da irgendwas am Arme. Aber nichts hält mich auf. Oh Gott, das habe ich schon mal gemacht. Das habe ich schon mal zu meiner Stadt erlebt. Ey, ich mache einen Income von 6000. Ich bin eine Maschine. Ich bin eine fucking Maschine geworden. Ja, ich bin eine Maschine geworden. Ich mache einen Income von 6000. Scheiße, ich muss das hier machen. Hä? Was sind die Bestrechte? Also das ist meine Strecke. Straßensysteme vergessen. Hehehe. Ich fühle mich beschweren. Was für scheiß Straßensysteme da sind. Ich merke es. Ich habe sie ja gemacht. Oh mein Gott, bin ich ein Esel. Ich würde es nicht nehmen. Ich würde es nicht nehmen. Mit Esel. Das habe ich nie erwähnt bei mir. Ich darf es. Ich darf mich Esel nehmen. Ihr nicht. Irgendwann steht da wahrscheinlich in den Kommentaren. Wer wird bei mir in den Kommentaren schreiben. Da steht wahrscheinlich dann so. Hey du Esel. So richtig gemein. Basis halt. Das wird ein Scheiße. Ne, das wird nicht ein Scheiße. Aber das wird eine Buslinie. Das wird eine Schulbuslinie. Ne, das wird eine Buslinie. Ich mache es einfach ganz schlau. Ich mache so. Ich ziehe das hier so lang. Oh, ja. Ist jetzt nicht so die feinste Arbeit von mir. Hey, es regnet. Wie bei mir. Es regnet auch bei mir. Okay, jetzt gerade nicht. Aber es hat vorhin geregnet. Zufälligerweise. Was ein Zufall. Es regnet im Spiel und bei mir hat es auch mal geregnet. Was ein Zufall. Als hätte irgendjemand geahnt. Oh ne, da geht es nicht weiter. Wo sind die Schulen hier? Meine Frage. Weiß ich nicht. Das ist scheiße. Boah, brädelt sich da alles ab, Mann. Wie viel Geld ich bestimmt mache. Mit Bus. Richtig Geld. Asche mache ich wahrscheinlich. Dann gleich so gucke ich. Wie viel Geld mache ich wirklich? Gar nichts. Das wäre ein Ding, wenn ich nichts mache. Mein Geld. Wahrscheinlich ein bisschen schon. Ich würde sogar eine Straßenbahn machen. Das verspreche ich. Ich würde sagen, wo gehst du lang? Hier oben. Nee, du gehst wahrscheinlich nicht hier rum. Aber du gehst jetzt wahrscheinlich. Du gehst jetzt wieder hier hin. Hallo. Ein bisschen Schulbus. Du bist anders lackiert. Du bist dunkelblau gemacht. Kriegselnamen. Hier, Schulbus. Ah, wenn es mal eingetippt. Schulbus. Seht ihr das eigentlich da irgendwo? Außer hier, bei mir im Feld. Schulbus. Butler. Nee, Butler. Ach. Ein Platz. Ähm. Groß. Andere Seite. Andere Seite schreibe ich hin. Ich schreibe es noch schön in Klammern. Andere Seite. Will ich wahrscheinlich eh nicht mehr wissen, was ich damit meine. Aber. Kopf hoch. Ah, das sei ja nur. Ein morgens Bus sein und das hier ist einfach. Ah. Das schreibe ich nicht raus. Was. Postminie. Ah. Ah. Eine bitte. Butler. Plus. Andere Seite. Wir gucken jetzt nicht nach Rechtschreibfehler. Wahrscheinlich irgendwo eins gemacht. Das hier sind die Buslinien zurzeit. Aber guck mal in. Boah. Aber in diese Stadt hier. Latikan City. Sind am meisten fahren die Leute am meisten rum. Äh. 47 Haltestellen. Ah. Das geht ja klar. Und wisst ihr was jetzt kommt? Ich weiß es nämlich. Weil ich das. Weil ich das. Weil ich das Video mache. Äh. Das. Ein bisschen hier von. Und kein Geld mehr. Ja. Ja. Ich muss das machen. Ist das eine Uni? Okay. Eine Oberschule. Oh. Was stand da? Oberschulen in der Stadt. 1300. Das geht. Glaube ich. Ich glaube. Keine Ahnung. Das weiß ich. Das weiß ich was vieles in diesem Spiel. Was ist das Lieblingsgebäude? Ah. Hab ich keine Grundschulen gebaut? Bin ich ein Esel und hab das nicht gemacht? Kann sein. Hm. Könnte sein, dass ich ein Esel war. Und es nicht gemacht hab. Ja. Ich bin wirklich ein Esel. Ich hab hier vom Grundschulen. Boah. Die Uni ist aber richtig ausgelastet. Wie viele sind hier in der Stadt? 805. Ja. Dann fackelt eben das Haus. Das ist nicht mein Problem. Eine Güte. Hm. So. So. Ich hab mir schlecht. Ich hab grad Teig gegessen. Das interessiert wahrscheinlich niemanden. Aber ich hab sie einfach erwähnt. Äh. Ich hab tropfen Teig gegessen. Nicht so geil. Das wäre ein bisschen schließlich. So. Mehr Industrie. Hm. So. Die Dinger sind so am Pumpen. Mein Ziel ist ja, dass nur die Verbrennungsanlagen am, äh, das hier alles hier kontrollieren. Und nicht das andere zwei. Darauf hab ich nicht so, äh, hätte einfach nicht Bock drauf, dass halt, ja, das andere eben halt die ganze Kontrolle auch scheiße. Die ganze Kontrolle halt macht. Ähm. 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 Von wegen Abdeckung eben. Versteht ja. Abdeckung halt. Ja. Warte, ich mach so wenig Geld jetzt. Wieder scheiße. Also. Dann gehen wir mal in dieser Ansicht rein. Wahrscheinlich wohl ich an einer anderen Ansicht gerade. Aber ich hab's aber vergessen wahrscheinlich. Ah. Die durchschnittliche. Alter. Ist 72 Jahre besser als bei mir mit 76 Jahren. Durchschnittliche Akkursion. Weil die können doch... Gott, das ist doch besser. Nein, das wäre nicht so besser. Sonst sind meine ganzen Friedhöfen überfüllten. Ne, das passiert nicht sogar. Also von 9000 Leuten. Habe ich 9% Kinder bei mir. Und 4% Arbeitsloser. Das ist besser. Das ist besser als nichts. 4% Arbeitsloser. Ich denke wahrscheinlich bei 9500 ist das 4. 4% Arbeitsloser. Könnte ich schon hinaus. Sehr vieles. Ich hab viele Jugendliche. Junge Erwachsene. Erwachsene. Und 24% sind jungen. Ah. Also in der Woche sterben immer noch ein bisschen zu wenig finde ich. Oh Mann. Was ist das? Was ist das? Ein... Was ist das? Ein... Es sterben zu wenig. Ach. Es sind nur... Oh. Es sterben nur 17 Leute in der Woche. Es sind am besten 100 Sterben in der Woche. Da habe ich bald keine Leute mehr. Oh Mann. Bodenwert hier ist miserabel. Hier ist es... Naja. Das Ganze ist fast hier heißen. Importiert. Öl wird importiert. Und wo bitte? Wo wird denn Öl importiert? Wahrscheinlich hier. Ja. Hier. Waldprodukte... Nein. Wird auch richtig ge... Importiert. Waren werden hier importiert. Hier und da auch. Ne. Hier werden Erzprodukte. Agar... Nein. Das verstehe ich nicht. Warum die Agarproduktion importiert. Ähm. Also ich mache noch immer mehr Waren. Verkaufe... Äh. Exportiere ich als... Agar. Also... Ja. Okay. Ja. Die Gebäude sind jetzt nicht so... Wie alle wussten. Also mein Straßensystem ist auch Bombe. Würde man sagen. Ach. Scheiße. Ähm. Mülldeponie. Auslastung. Naja. Äh. Schmutzung. Oh. Äh. 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 Ich glaube... Ja. Darüber reden wir nicht. Achso. Ich habe ja hinten auch noch eine CD. Äh. Keine Stadt. Aber... Es kommt noch. Ja. Gelände. Lärmschutz. Da fangen wir gar nicht erst an. Müsste ich nicht hier die Bände hochziehen. Ja. Ich denke mal hier werde ich die Bände hochziehen. Ah. Ja. Wie viele Menschen leben hier? 3.500. Wie viele leben hier? 6.000. Also im Butlerplatz lebt einfach das Doppelte. An Menschen. Hier lebt erstmal fast gar nichts. Das ist immer so bei mir. In den Anfangsstätten leben so wenig. Und in den Nachstätten nehmen immer mehr. Weil die anders gebaut sind. Ich könnte den Butlerplatz jetzt hier theoretisch hier hinten noch ausbrechen. Aber dann wird die Auslastung für die Autobahn beschissen. Äh. Wahrscheinlich. Aber ich werde jetzt hier eh hier noch eine Shuttle klatschen. Einfach mehrere Städte. Warum nicht? Ey. Das ist doch geil. Mehrere Städte. Wer will nicht mehr Städte haben? Ah. Ich habe eine Feuerwehr sogar hier. Genial. Also ich wollte ja noch was nachgucken. In der Wirtschaft. Äh. Mache ich noch immer mit Wohnhäusern mehr Geld. Ha. Alles klar. Darüber reden wir nicht. Das zeige ich zurück. Ähm. Wohnhäuser mache ich immer noch mehr Geld. Dann kommt Gewerbe. Uh. Ich mache auch Gewerbe. 10%. Äh. 10%. 2000. Ja. Landwirtschaft. 2000. Gut. Busse. Naja. Könnte besser sein. Ich möchte auch mit der Bahn arbeiten. Ich könnte U-Bahn machen. Oder erhöhte Bahnstation. Was heißt das? Äh. Was bist du? U-Bahn. U-Bahn was oberflächlich ist. Das ist auch U. Äh. Da kippt den Namen einfach U-Bahn. Obwohl es U-Bahn oberflächlich ist. Im Prinzip. Das ist doch nur U-Bahn. Oder heißt einfach. Das ganze Ding. Unterirdische U-Bahn-Stationen. U-Bahn-Stationen. Ich habe gedacht U-Bahn-Stationen sind immer unterhalb. Stand oberhalb. Also das Prinzip einfach. Ich mache jetzt hier ein paar. Äh. Äh. Sind die Dinger teuer. Stationen. Ja mal so bis. Gehen. Äh. Das ist teuer. Ja. Das ist immer teuer. Also oberhalb ist das nicht so teuer. Aber unterhalb 2.000. 1.000. Einrede. So ich habe ja nichts abgedeckt. Oh man. So. Man kennt es aus. Man muss immer doppelt besser. Oder mehr Anschlüsse. Anschluss. Ich will Anschluss machen. Oh man. Es fängt mir jetzt schon wieder gut an. Hm. Die Stadt wird was. Das wird eine Stadt. Es wird mal eine Stadt. Äh. Großart. Dass ich mich frage. Wie viele gebildete habe ich zur Zeit. Ich habe 40% gebildete. Umgebildet habe ich noch 5. Äh. 23%. Das ist gut. Also. Ne. Eigentlich nicht. Das ist scheiße. Aber. Gut gebildete und hoch gebildete werden immer mehr. Mehr. Schlaue Menschen. Gut für mein Projekt was ich machen möchte. Mein Projekt werdet ihr bald schon erfahren. Industrieprojekt. Einfach. Einfach Planwirtschaft. Ne. Ne. Das habe ich ja gar nicht. Kann ich eigentlich diese. Äh. Gute wirtschaftliche. Dings anmachen. Oder. Gibt es noch nicht von mir. Ich möchte das hier haben. Äh. Verdoppelt die Produktion. Waren. Kostet 6%. Aber da werden Sicherheitsregeln. Missachtet. Das will ich am liebsten haben. Und das möchte ich haben. Äh. Neue Technologien. Verändern. Der. Den Personalbedarf. In der Industrie. Alle Industrie. Industriellen. Arbeitsplätze sind für. Hoch und gut gebildete Arbeiter. Das brauche ich. Um 50% erhöht. Produktionsausschuss. Das ist sehr gut. Um 30% verregelte. Arbeitsproduktion. Industrie. Das möchte ich ganz gerne haben. Einfach aus Prinzip. Die. Das möchte ich hier hinten. Machen lassen. Dass ich mich eigentlich frage. Wenn die Dinger auf Stufe 3 stehen. Machen die weniger Umweltbelastung. Also. Ich meine. In City Skyline. War es ja so. Ne. SimCity. Also. Ein Video. Was ich meine. Wenn. Wenn. Irgendwann. Ne. Ne. Das war glaube ich mit dem DLC. Dann wurden die grüner. Ne. Ich glaube das war wirklich mit dem DLC am Ende. 10 Wochen. 17 Wochen. 10 Wochen. 15 Wochen. Hm. Also. Ich bin fertig mit meinem Video. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschau.